Du weißt, gestern bin ich doch mit dem Fahrrad durchs Blockland nach Hause gefahren und dann habe ich einen Storch gesehen und musste wieder an dieses Märchen-Kalif-Storch denken. Dann habe ich Schwäne getroffen mit Jungen, also die sind ja so grau und so, und musste an das hässliche Entlein denken. Und jetzt haben wir ja so ein ganz, ganz tolles Märchenbuch, dieses hier. Zur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat. Weißt du, das Doofe ist bloß, das eine Märchen, was du meinst, ist von Hauf, das andere von anderen und das sind Grinsmärchen. Okay, aber das Buch ist trotzdem schön, oder? Ja, genau.